Zeit ist... ... bald... ... drückbar! Wir werden zurück hier... 9.8 für den 2.7.2 für die Leitze Und jetzt ist es ein bisschen aus der Leitze So, was ist denn da? Was ist denn da? Rechts geht's da. Ich brauche mal zu einem. Landmarkt. Tag wieder oben mit rechts rein. Wir fahren hier ein Stück links. Wartstuhl. Ein kleines Stück hier links. Dann müssen wir mal die Scheibe putzen. Das ist jetzt nicht so. Hier links. Putzen. Die Scheibe putzen. Regen. Mit der Feuerwehr. Ja, genau. Kann eine Möglichkeit sein. Nutzen wir auch. Feuerwehrhaus. Da ist die Parkstraße. Könnte man jetzt rein fahren. Da haben wir auch einen Parkzugraben. Auf jeden Fall. Da haben sie auch viele Fenster. Gucken wir mal. Da müssen wir das durchziehen. Gucken wir mal ein bisschen an. Gucken wir mal an. Der wird in den Park fahren. Wart schon, dass er einmal auf den Preis zieht, hier wird es. Wart schon. Wart schon mal gucken, wie weit es in dieser Fahrt kommt. Wart schon wieder an der Sonne ist bereit.